die steinermeisterei begrüßt euch hier zum nächsten lego racers video die set nummer 4592 the red monster die set bezeichnung aus dem jahr 2002 und wir haben verbaut 25 einzelteile ja wir haben hier also so ein kleines komisches fahrzeug muss man eigentlich sagen sieht eigentlich so ein bisschen aus wie ja eigentlich keine ahnung was das so richtig darstellen soll auf jeden fall so ein kleiner racer im eigentlich ohne ohne bedeutung ist einfach nur ein fahrzeug was irgendwie mal da ist und man kann es eigentlich nicht definieren was diesem fahrzeug eigentlich am besten ähnelt der fahrer absolut cool mit seinen fiesen gesicht ausdruck dort mit seinen weißen zähnen so ein schelmisches grinsen würde ich mal sagen und das ganze fahrzeug dann hier auf diesem großen reifen sieht absolut lustig aus und ja eigentlich ein reines sammler fahrzeug hat keinen großen sinn jetzt da und ja ich fasse noch mal zusammen wir haben hier das lego racers set mit der nummer 4592 the red monster die set bezeichnung aus dem jahr 2002 und wir haben verbaut hier 25 einzelteile danke euch fürs zusehen